Hallo, in diesem Video zeige ich euch die Quest Erstkontakt anzunehmen bei Lulette Lunastre in Suramar, an dieser Position, hier sieht man auch die Koordinaten, nehme die Quest gleich mal an und dann benutze ich die Maskerade, das macht es ein bisschen einfacher. Dann darf ich zu diesem Punkt hier laufen, da laufe ich erst hier diesen Weg entlang und hier bei den Mobs muss ich aufpassen, da sind manche dabei, die haben so eine Art Unsichtbarkeit entdecken, die tun euch enttarnen. Wird man aber auch noch sehen, da sind einige unterwegs. Das ist einer zum Beispiel, der hat die Fähigkeit Detektor, damit entarmt er uns. Aber wenn wir schnell genug sind, dann kann man aus diesem Effekt hinauslaufen. Und wir müssen mit diesem Endplätze hier sprechen, der Pfand hier. Das geht aber nur, wenn ihr die Maskerade auf habt, also wenn ihr diesen Buff habt. Sonst könnt ihr nicht mit ihm sprechen, kann ich euch auch zeigen. Hat mich entarmt und nur leuchtet er zwar auf, aber ich kann nicht mit ihm interagieren. Ich setze auf und schon geht es. Dann quatsche ich mit ihm. Und dann muss ich, wie es aussieht, hier hinlaufen. Das wird es sein, Mob. Und jetzt bin ich draußen. Maskerade brauche ich auch nicht mehr. Ich verstehe. Die Quest ist, wie es aussieht, in der Höhle unten abzugeben. Dann muss ich jetzt einmal hier entlang laufen. Moment, da benutze ich einen Wasserschreiter. Da fängt jetzt auch nichts mehr, aber okay. Und die Quest ist, hier abzugeben. Beierst der Arkanistin Taliswa. Hoffe ich konnte euch helfen. Tschüss. Das war's. Das war's.